Hallo und herzlich willkommen hier bei den Bundesligaspielen. Ja, die Länderspielpause ist zu Ende und es geht jetzt am Wochenende weiter mit der Bundesliga, denn der 27. Spieltag ruft und Freitag ist ja keine Partie, wegen Karfreitag. Aber am Samstag dafür umso mehr Spiele. Deswegen, wir fangen an mit Dortmund gegen Frankfurt. Und ja, was soll man sagen? Die Frankfurter sind sehr, sehr gut drauf zurzeit. Kann man einfach sagen. 5-2 gegen Union Berlin, Vierter in der Tabelle. Also das sagt schon einiges aus über Eintracht Frankfurt. Und die Dortmunder, ja, 2-2 gegen Köln. Sie waren nicht zufrieden, denn sie hätten, wenn sie nicht in Holland gehabt hätten, beinahe auch noch, hätten sie auch noch verloren. Und deswegen kann man, oder war es zu Recht, dass sie nicht zufrieden waren mit ihrer Partie. 2-2 am Ende, wie gesagt, zurzeit Fünfter mit 43 Punkten. Da geht eigentlich mehr als Borussia Dortmund. Und deswegen, ich glaube nicht, dass die Dortmunder sich leicht tun werden. Oder eher gesagt, dass sie sich schwer tun werden. Das glaube ich schon eher. Denn die Frankfurter spielen einen sehr, sehr guten Fußball. Und das wird auch Dortmund zu spüren bekommen. Deswegen, mein Tipp, sie gehen am Ende mit einem Unentschieden raus. Am Ende trennen sie sich beide mit 1-1. Leverkusen gegen Schalke. Ja, die Leverkusener haben sich ja jetzt auch von Peter Bosz getrennt. Nach dem Debakel mit 3-0 gegen Hertha in der ersten Halbzeit. Darf man auch nicht vergessen. Und die Schalker, ja, man merkt so langsam, dass sie so langsam wieder Aufräumarbeiten machen, sozusagen. Und ja, mit Peter Knebel haben sie ja jetzt einen Sportvorstand. Und ja, mal schauen, wie er das machen wird. Die Schalker, glaube ich, ich weiß nicht, wie sie ein Spiel noch gewinnen wollen in der Bundesliga. Deswegen, und Leverkusen ist zwar mit dem 3-0 und auch mit dem Trainerwechsel, der heißt ja jetzt sozusagen Hannes Wolf, der neue Trainer von Leverkusen, glaube ich schon, dass sie es schaffen werden. Zwar nicht überragend, aber am Ende gewinnen sie. Solide mit 2-0 gegen die Schalker. Kommen wir zur nächsten Partie, und zwar Wolfsburg gegen den 1. FC Köln. Ja, die Kölner haben ja beschlossen, dass Gisdol weiterhin auch bleiben wird und somit auch die Saison zu Ende machen wird. Ob wir dann am Ende absteigen oder nicht, das wissen wir noch nicht. Die Wolfsburger sind auf jeden Fall, das wissen wir, die Wolfsburger sind sehr, sehr gut dabei. Denn, die sind Dritter auf dem Champions-League-Platz, 51 Punkte geholt. Also, die sind auf jeden Fall eine Nummer größer als Dortmund und als der BVB. Und wir, eine gute Leistung gegen Dortmund gemacht, eine sehr gute Leistung eigentlich. Am Ende noch bitter das Gegentor kassiert und somit nur einen Punkt geholt. Und somit rutschten wir dann sozusagen, dadurch, dass Hertha gewonnen hat, Mainz gewonnen hat, rutschten wir damit auf Platz 16. Ja, deswegen, also eigentlich waren wir eher der Verlierer des Spieltags als der Gewinner des Spieltags tatsächlich. Obwohl wir gegen Dortmund eine gute Leistung absolviert haben. Gut, jetzt heißt der Gegner Wolfsburg. Die Wolfsburger sind meiner Meinung nach deutlich besser als der BVB zur Zeit. Und deswegen, ich glaube einfach nicht dran, dass wir es schaffen. Ich würde es mir wünschen, aber da reicht einfach meine Fantasie nicht aus, um da irgendwie, ja, was zu sehen, was nicht ist. Also, deswegen, deswegen mein Tipp, wir werden zwar nicht untergehen in Wolfsburg, aber wir werden auch weit weg sein von einem Punkt. Und deswegen, Wolfsburg gewinnt das mit 2 zu 0 gegen den 1. Leipzig Köln. Kommen wir zum Abstiegs-Duell sozusagen. Mainz gegen Bielefeld. Und das ist eine Kracherpartie. Denn, ja, Mainz ist zur Zeit auf Platz 15 und Bielefeld auf Platz 17. Also, die Bielefelder könnten durch einen Sieg von Mainz auf Rang 15 klettern und somit, ja, nicht mehr auf dem Abstiegsplatz stehen. Die Mainzer allerdings, wenn die gewinnen, dann könnten die sich schon mal verabschieden, ein bisschen vom Abstiegskampf sozusagen. Dann sind die schon gut durch. Ich sag nicht durch, weil, wie gesagt, Köln hatte auch 6, 9 Punkte Vorsprung und sie sind mittendrin wieder. Also, von daher, es kann alles passieren, aber sie können wenigstens wieder ein bisschen Luft schnuppern dann durch einen Sieg. Ich denke auch, dass das so sein wird, denn die Mainzer sind einfach sehr, sehr gut dabei. Und deswegen, also, ich glaube bei aller Liebe nicht, dass Mainz sich das entgehen lässt. Und die haben ja jetzt auch die letzten Spiele sehr, sehr gut absolviert, haben 2-1 gegen Hoffenheim gewonnen. Also, von daher gehe ich stark davon aus, dass die das machen werden. Auch wenn die Bielefelder nicht schlecht gegen Leipzig gespielt haben, nur 0-1. Das ist jetzt nicht schlecht, aber trotzdem, ich glaube es eher weniger. Die Mainzer werden das, denke ich, nutzen. Deswegen mein Tipp, 2-1 für die Mainzer. Augsburg gegen Hoffenheim. Ja, Augsburg zur Zeit 13. Hoffenheim zur Zeit 11. Ja, für die geht es eigentlich um fast nichts mehr. Also, Augsburg mit 29 Punkten, die werden jetzt nicht mehr da unten, glaube ich, reinrutschen. Genauso wie die Hoffenheimer mit 30 Punkten. Glaube ich auch nicht mehr, dass die da irgendwas noch, ja, Angst haben müssen. Deswegen eigentlich ein Spiel, was jetzt nicht persönlich so wichtig ist. Augsburg ist jetzt sozusagen, hat 2-0 gegen Freiburg verloren im letzten Spiel. Und die Hoffenheimer haben, ja, wie schon gesagt, eben gegen B1, halt 2-1 verloren. Deswegen mein Tipp, am Ende trennen sie sich die beiden mit 1-1. Leipzig gegen den FC Bayern München. Ja, der FC Bayern und auch RB Leipzig. Das ist das B-Win-Top-Spiel in dem Fall. Und ja, ich freue mich auf dieses Spiel, denn das ist wirklich ein Spiel, 1. gegen den 2. Und, ja gut, Bayern ist natürlich schon deutlich vorne. Leipzig hat 57, die Bayern haben 61 Punkte. Also deswegen, da ist schon noch viel Polster. Selbst wenn Leipzig gewinnen sollte gegen den FC Bayern. Die Bayern haben 4-0 gegen Stuttgart gewonnen, obwohl sie ein Mann weniger waren. Und die Leipziger haben knapp mit 1-0, wie schon gesagt, gegen Bielefeld gewonnen. Ich glaube am Ende, das war meistens immer so, wenn es dann Team, also wenn dann 1. gegen den 2. hat meistens immer der 1. gewonnen. Und das war nun mal Bayern München. Und deswegen glaube ich auch, dass es diesmal so sein wird. Es wird aber allerdings spannend bleiben, denn am Ende trennen sie sich mit 2-1 nur. Also von daher wird die Partie auf jeden Fall spannend. Danach denke ich mal, dass die Meisterschaft wieder an den FC Bayern gehen wird. Gladbach gegen Freiburg. Ja, die Gladbacher haben jetzt nach Schalke oder gegen Schalke endlich mal wieder gewinnen können mit 3-0. Deswegen, das war ja so der typische Aufbaugegner sozusagen. Die Freiburger haben allerdings auch gewinnen können gegen Augsburg mit 2-0. Ich glaube allerdings, dass die Gladbacher trotzdem, trotz der 3-0-Führung oder eher gesagt, der 3-0-Sieg, glaube ich trotzdem nicht, dass die alten Probleme immer noch da sind. Und deswegen gewinnt Freiburg mit 2-1 gegen die Fohlen. Kommen wir zur Sonntagspartie. Und zwar Stuttgart gegen Bremen. Ja, Stuttgart ist zurzeit 9. Kann noch mit der Europa League ein bisschen Freundschaft binden. Die Gladbacher sind auch direkt dahinter, punktgleich sozusagen, auf dem 10. Tabellenplatz. Und ja, auch da ist noch was möglich, aber nur wenn sie jetzt auch gewinnen. Da ich das nicht glaube, denke ich einfach mal, am Ende trennen sich beide... Ah ne, ich bin bei Stuttgart. Entschuldigung, nicht bei Gladbach. Da habe ich einen Fehler gemacht. Tut mir leid. Äh, Bremen war mal. Genau. Stuttgart gegen Bremen. Bremen 12. Wie gesagt, die sind auch gerettet. Da wird nichts mehr passieren. Die Stuttgarter kämpfen noch um die Europa League oder versuchen noch in die Europa League zu kommen. Deswegen glaube ich am Ende, dass sie es fast schaffen. Allerdings stolpern sie, denn Bremen stellt denen in den Beinen und somit trennen sich die beiden am Ende mit 2 zu 2. Union gegen Hertha. Also das Berliner Derby sozusagen. Ja, die Unioner zurzeit, naja, 5-2 gegen Frankfurt verloren. Und die Herthaner 3-0 gegen Leverkusen. Eigentlich nicht schlecht. Aber, wie gesagt, ich bin auch natürlich, hoffe ich ein bisschen, dass die Herthaner noch ein bisschen unten bleiben. Wenn schon die Augsburger nach oben klettern, dann sollen wenigstens die Herthaner unten bleiben. Denn wir wollen ja am Ende auch nicht 16. werden. Deswegen, also ich glaube auch, dass die Unioner das nochmal machen werden. Die werden nochmal alle Kräfte zusammenbündeln. Und, äh, ja, wer will nicht das Derby verlieren? Also, oder wer will nicht das, ja, wer will nicht das Derby verlieren? Denn, also von daher gehe ich stark davon aus, dass die Union nochmal alles geben wird, um am Ende gegen Hertha das Berliner Derby zu gewinnen. Deswegen mein Tipp, die Unioner schlagen die Herthaner mit 2 zu 1. Ja, und damit war es das auch schon. Schreibt gerne eure Tipps in die Kommentare. Wie gesagt, tut mir leid, dass ich eben eine Seite übersprungen bin. Weil Gladbach und, ähm, ja, war direkt da oben drüber. Aber deswegen, ähm, ja, ich bedanke mich. Ich hoffe trotzdem, dass es euch das Video gefallen hat. Das waren meine Bundesliga-Tipps zum 27. Spieltag. Schreibt gerne, wie gesagt, eure Meinung zum Video und auch gerne eure Tipps in die Kommentare. Würde mich interessieren, lese die eigentlich immer. Und wenn es euch dauerhaft gefallen hat, dann lasst auch gerne ein Abo da. Aktiviert die Glocke, dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn ich ein Video hochgeladen habe. Und ja, bis dahin, bleibt sportlich und ciao.